So, das sind die Fans hier am M-Wolfer hinten. Das sind, wie gesagt, Live-Bilder. Jetzt John Eckdorj steht oben auf der Bühne mit dem Rücken zum Publikum gewandt, dass wenn die Kamera fehlt, auch das Publikum natürlich im Hintergrund ist. Und jetzt sind die Walk-Ons auch einzig und damit anders als am Nachmittag. Das ist sein Walk-On vom Maximizer. 20 Jahre ist der Jungen Deutschlands Nummer 1. 20 Jahre ist der Jungen Deutschlands Nummer 1. Gut, die Stimmung ist noch nicht ganz da, aber die Musik ist akkurat aggressiv. Also an dem Plan, ob das gefällt mir, der will diesen Menschen...